Ich freue mich sehr, dass Thies, Marc, Sedi und Kai hier sind und uns dieses Märchen erzählen und viel Spaß euch. Wieso sind hier so viele Menschen? Tja, ich weiß es nicht. Es hat was mit Internet zu tun und Glasfaser, das finden sie immer alle ganz toll, glaube ich. Dafür, dass ich mir den Talk in 10 Minuten aus den Fingern gesaugt habe, weil man ja nun gesagt hat, wenn du das in 10 Minuten machst, dann trage ich das noch ein. Genau, Thies ist schuld, dass wir jetzt hier stehen und was präsentieren und zwar erzählen wir was zum Thema Pegel und das Märchen vom Biegeradius. Wir haben so ein paar Dinge vorbereitet, um zu zeigen, wieso man Faser putzen sollte, wieso man sie nicht knicken sollte. Und wir präsentieren jetzt auf dem, eigentlich ein Messgerät, was man für Fasern nutzt, kostet so viel wie ein, naja, Oberklasse-Auto und hat auch einen PDF-Viewer, deswegen machen wir das jetzt hier drauf. Aber kein aktiviertes Windows, dafür war das Geld auch nicht drin. Genau, wir sind zertifiziert dieses Jahr durch die Bundesnordagentur und von daher würde ich dann auch mal übergreiten irgendwie in diesen Talk. Nein, die Domain gehört mir. Kai, das ist dein Partner. Ihr kennt wahrscheinlich alle Glasfasern, das sind halt einfach mehr oder weniger gesagt, ja, ein sehr, sehr dünnes Stück Glas. Dadurch lässt sich Licht eigentlich besonders gut leiten und das benutzen wir hier auch, um die hohen Bandbreiten für den Kongress zu benutzen. Zum Beispiel haben wir die zwischen den Hallen hier und die gibt es aber auch in viel, viel größer, die gehen zum Beispiel bis nach Berlin und dann kann man da mehrere Terabit drüber machen. In unserem Fall haben wir da jetzt ein ganz kleines Stückchen von das 200 Gigabit benutzt. Und wie man hier schön auf dem Bild sieht, wenn man halt Licht da reinmacht, wird das halt reflektiert und kommt dann auf der anderen Seite raus. Und das hat dann auch so direkt damit zu tun, wieso der Biegeradius auf den wichtig ist. Was der Marc erzählen möchte? Genau. Behandle eine Faser immer so, wie du quasi auch einen Menschen behandeln würdest. Irgendwie. Die gehe pflege ich mit dir um, putze sie, wie bei gern Babys. Das Licht breitet sich quasi in der Faser aus. Das macht es typischerweise irgendwie entweder zwischen irgendwie Maschine zu Maschine, irgendwie zwei Meter. Und das kann es bis zu 120 Kilometer bei uns zum Beispiel in unseren Netzen tun. Das hängt ein bisschen ab von dem Fasetyp. Die Biegung der Faser ändert aber auch maßgeblich diese Ausbreitung und die Streuung des Lichtes. Das werden wir euch nachher gerne nochmal irgendwie vorführen auf dem Messgerät. Dass man massiv was passiert, wenn man so eine Faser knickt oder wenn man irgendeine Licht reingebt und irgendwie shitty Zeug mitmacht. Eine zu hohe Biegung der Faser, die erzeugt eine Dämpfung. Die wird gemessen in dB, also dieses Maß. Die erzeugt im schlimmsten Fall quasi, wenn du dir in der Tür angemst oder an einem Holzblock oder wie auch immer um eine Ecke legst oder mit Nagelschellen irgendwo festmachst. Oder tausend Patches dazwischen. Genau, oder tausend Patches dazwischen. Einen sogenannten Loss of Signal. Das heißt, da kommt hinten dran irgendwann quasi kein Signal mehr vernünftig raus. Du hast irgendwann irgendwie hohe Bitfehler, was man typischerweise im Ethernet irgendwie relativ gut messen kann. Und es erzeugt dir natürlich Tickets im Monitoring. Wenn du schlau bist, schaltest du das am 25.12. ab, bevor du auf den Kongress fährst. Genau, da gibt es noch so eine schöne Darstellung dazu, was passiert, wenn ich quasi Licht in eine Faser gebe. Das ist so ein kleines Siliziumstück. Das hat am Ende des Tages eine Stirnfläche von 9 Mikrometern. Das ist dünner als ein Haar. Wir geben da Licht rein, blasen das irgendwie so knappe 120 Kilometer. Im besten Fall irgendwie bis zum nächsten Punkt, damit wir das wieder verstärken. Und wenn man so eine Faser biegt oder irgendwie unsäglich biegt, dann fängt das Licht an, irgendwann auszutreten. Das sieht man auch in dieser schönen Grafik oder eben auch ganz nah dargestellt hier als Darkseid of the Moon. Und wir haben es als Unicorn of the Moon gebaut. Genau, und um das mal darzustellen, haben wir jetzt hier ein Pegelmesser. Das ist der schöne Moment, wo ich diese Faser knicke kann, was ich normalerweise nie darf. Genau, wir haben da jetzt einen Laser dran, der speist halt das ein und es wird direkt wieder auf der gleichen Seite empfangen. Und gemessen, das sind jetzt gerade die minus 2,5 dBm, die ja noch ankommen. Und wenn der CD jetzt die Faser knicken wird, dann sieht man, dass gleich dieser Wert relativ schnell in den Keller geht. Und die Dämpfung immer höher wird und immer weniger ankommt. Und dann mag man aus dem Bild gehen. Gute Idee. Und genau, und das ist halt immer etwas, was wir vermeiden wollen, deswegen man halt bei den Fasern immer einen Biegeradius einhalten möchte. Ich wickele es jetzt gerade mal noch um einen Stift, dass man sieht, was passiert, wenn man das zu eng, um den Stift wickelt. Dann bekommt ja der Begriff um den Finger wickeln eine ganz neue Bedeutung. Und dann sieht man im Endeffekt, wenn man da quasi irgendwie dann zum Beispiel Internet für den Kongress überträgt, dass wenn jemand irgendwie auf die Idee kommt, so eine Faser irgendwie mal abzurecken oder nichts zu putzen oder irgendwie in eine Tür einzugeben oder wo auch immer, dass eben diese Faser beeinflusst wird und dann entsprechend quasi kein Internet mehr macht. Wir haben das mal versucht darzustellen, wie das aussieht. Übertrieben gesagt, wir wecken dann eine Faser. Das Ganze hier ist ein schönes Bild. Wir bedanken uns heute auch natürlich an den Momo. Das ist der nette Herr da vorne in der ersten Reihe, der uns dieses Messgerät zur Verfügung gestellt hat oder diesen PDF-Viewer. Und das ist tatsächlich auch eine Messung, die wir bei Momo im Netz damals gemacht haben, um mal darzustellen, dass so eine Faser quasi, wenn du irgendwie da Licht irgendwie vorne reingibst und schickst sie über eine Länge von knappen zwölf Kilometern da irgendwo hin, dass die tatsächlich einfach eine natürliche Dämpfung hat. Und diese natürliche Dämpfung lässt sich, wie wir gerade eben gesehen haben, beeinflussen irgendwie am Ende des Tages, wenn du direkt einen Stecker hast, wenn du irgendwie das Ding irgendwie eingämpfst oder sonst irgendwie Sachen machst wie der CD eben. Kam jetzt nicht der Wort, wo man die Faser ablecken wollte? Das können wir gleich machen. Und zwar eine Faser hat auch verschiedene Charakteristiken, denn man benutzt ja verschiedene Wellenlänge, um eine Faser einzuspeisen. Das geht mal hier an dieser Kurve ganz gut, dass die Dämpfung pro Kilometer halt je nach Wellenlänge sehr unterschiedlich ist. Und da gibt es halt auch diese Peaks bei 12.000 Nanometern rum, beziehungsweise bei 14.000, wo man halt eigentlich Licht in die Faser schicken kann und es wird deutlich stärker absorbiert. Deswegen sich dann auch zum Beispiel diese Wellenlängen, die bekannt sind, wie 13.10 Nanometern und 15.50 Nanometer gerne benutzt werden, weil das halt wirklich die Wellenlänge ist, die am besten sich in Fasern verbreitet und dadurch auch die längsten Strecken mit der höchsten Bitrate zurücklegen kann. Hier sind nochmal ein paar Beispiele zu dem Thema, wie gerade das ist, was der CD eben schon gezeigt hat. Wir sind ja heute auf der Winter-GPN, deswegen das war auf der Frühjahrs-GPN hier, was wir hier sehen, in Karlsruhe. Ich behaupte aber, das sind mehr als 3 dB. Organic Attentator, der ist in dem Fall aus Holz, also ein organisches Dämpfungsgebiet. Das macht irgendwie ungefähr 3 dB. Ja, vor allem, wenn es drauf fällt. Genau, dann macht es auch exponentiell 3 dB. Und auch hier haben wir irgendwie mal probiert, was passiert denn eigentlich mit dieser Behördenrufnummer. Das ist die 115.de. Die hat in meiner Funktionstest noch nie funktioniert, wenn ich da in Hamburg angerufen habe und irgendwie in Kennzeichen ummelden wollte. Vielleicht liegt es auch daran, dass man irgendwie quasi diese Phase sehr stark bedämpft hat und das, was wir eben gesehen haben, was wir irgendwie hier gemacht haben, irgendwie hat man hier immer versucht nachzustellen an so einem Switch, um dann mal mit so einem Messgerät irgendwie da nochmal dran zu hängen. Genau, und dann würden wir euch nochmal zeigen, was passiert, wenn man dieses tolle Gerät zum Beispiel nicht benutzt. Das ist ein Reiniger für die Stirnflächen von Fasern, also von der Fläche vom Stecker, damit der schön sauber ist. Dazu haben wir hier eine Kamera, die ein Steckerende sozusagen mit einem Mikroskop hat. So sollte es aussehen, also mehr oder weniger fleckenfrei. Okay, so ich halte jetzt dieses schöne Mikroskop in der Hand. Und noch sieht man ja, dass die Faser sehr sauber ist. Aber jetzt lassen wir den Teaster mal dran lecken. Das willst du nicht. Doch. Das wird viel zu sauber bei dem Alkohol, den ich getrunken habe. Wir wollten doch einen Fiberfuse heute Abend, oder? Das ist jetzt quasi desinfiziert. Was hast du vorher getrunken? Was Leckeres. Genau, und jetzt sieht das ganz schön dreckig aus, und das Mikroskop meckert auch schon rum. Mach das doch mal deinem Pulli sauber. Ja, ich mach das jetzt einfach mal sauber. Der ist bestimmt ganz krümelfrei, aber keine Fasern. Ja, auf jeden Fall, der ist sehr sauber. Der ist ja auch quasi noch nicht gewaschen, ne? Genau, den habe ich ja auch vorhin geholt. Der ist in der Tat sehr sauber. Ja, fast schon zu sauber. Kann ich das mal beim T-Shirt machen? Ja, T-Shirt ist es mal neu. Meine Hose, mit der Hose. Mit der Hose habe ich hier aufgebaut. Gute Idee. Das ist der Staub von sämtlichen Messehallen. Genau, und sowas hat jetzt sehr, sehr viel Dämpfung. Und sowas sollte auch man definitiv nicht mehr in der Optik stecken. Die freut sich. Das würde dann den Empfänger verkratzen, weil auf der Gegenseite wird dann ein, wird es halt ziemlich direkt auf den anderen Stecker gesteckt. Optiken hast in diesem Trick. Genau, und deswegen gibt es hier tolle Reinigungsgeräte. Kai, bitte putz meine Faser. Mal gucken, ob zweimal klicken ausgereicht hat. Ob das jetzt sauber ist. Ja, mal gucken. Ja, fast. Schon besser. Wow. Genau, und jetzt die Stirnfläche eigentlich so gut wie sauber, hat auch wieder kaum Dämpfung. Weswegen es diese tollen Klickstifte gibt, die man immer dabei haben sollte, wenn man Fasern hantiert. Weil dann kann man einfach mal schnell die Stecker putzen und vor allem, selbst wenn sie frisch aus der Verpackung kommen, sind sie oft sehr, sehr dreckig. Ja, eigentlich immer. Genau, deswegen einfach angewöhnt, immer sowas zu haben, wenn man Fasern hat und immer schön putzen. Damit, ja, keine Dämpfung da ist und viele Bits über die Faser gehen. Genau. Ansonsten vergleich mal als Messgröße. Wir haben jetzt irgendwie über so ein Faserpaar, was wir hier momentan für einen Kongress versorgen, irgendwie über zwei Wege, momentan 2x200 Gigabit, nach Berlin abgeführt. Irgendwie, um euch quasi mit einem Internetzugang IP-Access zu versorgen hier. Wir nutzen aktuell, glaube ich, von den Peering Capacities, glaube ich, 3%, wenn ich mich... Ich glaube, 4%, also das ist immer noch sehr, sehr wenig. Genau. Use more bandwidth. Use more bandwidth, genau. Und ansonsten haben wir eigentlich gar nicht weiter viel zu erzählen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns im Nachgang Fragen stellt, uns ein Bier ausgebt oder sonst irgendwas. Das ist sehr gut. Die drei gehörigen vier hier, die auf der Bühne standen, wäre einmal der Thies. Einmal der CD. Der Kai. Ich bin der Marc. Wir haben es in der hoffentlich richtigen Altersreihenfolge gemacht, oder? Äh, bin ich älter oder du? Ich bin ein paar Tage älter, glaube ich. Ich könnte dein Vater sein. Wer bist du? Nein, da reden wir jetzt nicht drüber, das wird so feindlich. Genau, und falls ihr noch Fragen zu Fasern oder WDM oder allen möglichen anderen Themen habt, könnt ihr uns einfach immer gerne anhauen. Ansonsten empfehlen wir auch irgendwie noch die Talks von Momo, mir irgendwie bei der GPN. Genau. Und freuen uns quasi, euch nächstes Jahr vielleicht nochmal mit irgendwie unnötigem Wissen zu begrücken bei der GPN. Oder einfach alle anderen Talks auf diesem Event, die nicht von uns sind. Ja, genau. So, den Marc und den Kai findet ihr im Nock, teasen mich im Log. Du bist im Nock? Manchmal, ja. Da gibt es schon. Ich habe gehört. Aber nur zum Trinken, oder? Da gibt es mal die Jacke, ja. Ja. Genau. Und ansonsten, irgendwie hatten wir noch irgendwie eine Folie hinten dran. Nee, da waren nur die Notizen. Gut. Was steht denn in den Notizen? Ich glaube, wir haben alles gemacht. Ah ja. Ja, 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 ja. Jetzt konnten wir doch einmal eine Windows-Lizenz bestellen bei Ebay, die kommen normalerweise innerhalb von zwei Minuten. Genau, für Windows-Lizenzen nimmt der Momo wahrscheinlich gerne entgegen. Habt einen schönen Abend, einen schönen Kongress. Wir müssen jetzt noch sieben Minuten rumkriegen. Genau. Wir hätten jetzt noch ein ganz kleines bisschen Zeit. Ihr könnt noch lustige Kommentare in die Mikrofone reinreden, wenn ihr wollt. Die ersten gehen. Haben wir eine Frage oder einen Kommentar vom Signal? Moment, mein Vortrag ist um. Das Lok hat sicher nichts mehr gegen Alkohol. Jeder, der einen Alkoholwitz macht, bekommt Zusatz. Ich sehe dich bloß nicht, weil du bist so geblendet irgendwie. Ja. Eher eine Anmerkung. Also beim Biegeradius, das kann man ja auch absichtlich machen, indem man so einen Test-Access-Point beispielsweise nutzt, um dann das Licht mehr oder weniger zu duplizieren, um eine Messung daran zu machen. Ich meine, du spielst dich ja auf Biegekoppler an, um zu testen, ob da überhaupt Licht auf der Phase ist, ja. Äh, nee, auch damit man durchgängig eine Messung machen kann. Also das Licht duplizieren, wie XIA stellt beispielsweise solche Test-Access-Points zur Verfügung, damit man nicht ein aktives Gerät wie ein Switch braucht, um ein Mirror-Port zu erzeugen. Genau, das meistens ist dann auch ein Prisma tatsächlich drin, wo dann zum Beispiel gibt es den Monitor-Port meistens an den WDMs, wo dann halt ein Zehntel des Signals ausgespeist wird, was halt super praktisch ist, wenn man halt 40 Wellenlängen auf so einem Mucks hat, dann kriegt man auf einem Port alle 40 in einem Zehntel zurück. Kostet aber halt auch immer ordentlich was an Dämpfung, beziehungsweise halt an Loss und muss man halt dann je nach Strecke immer überlegen, ob man es möchte überhaupt. Aber ist prinzipiell auch ein gutes Mechanismus, um rauszufinden, was ist da überhaupt auf der Faser drauf. Und man kann natürlich die Daten auch mitschneiden und Geheimdienste machen, das glaube ich auch ganz gerne. Ja, ich habe gehört, der EZX hat da ein bisschen Probleme mit. Ich kann mich dazu nicht äußern. Ein Teil dieser Antwort würde Sie oder die Bevölkerung verunsichern. Möglicherweise. Ich glaube, wir haben keine weiteren Anmerkungen oder lustigen Kommentare oder Fragen. Dann danke ich euch nochmal herzlich. Bleiben wir jetzt fünf Minuten auf der Bühne stehen und trinken und gucken zu, wie die Leute im Publikum sitzen und sich langweilen? Ja, Thies, trinken. Also vor allen Dingen sollten wir alle Wasser trinken. Orga-Ansage Nummer eins. Drink more water. Wasser. Use more water bandwidth. Genau. Use more bandwidth, drink more water. Habt einen schönen Abend. Hallo? Da ist doch noch eine Frage. Hallo? Hallo, hallo? Ich habe noch eine Frage. Läuft auf dem Ding auch Minecraft? Ja. Ja, darf ich da Minecraft drauf installieren? MoMo gibt ja ein Okay. 35 C3 insecure, aber bitte benutzen. Wir hätten hier nachher noch die Leinwand frei. Ja, und dann bildet dich, du rennst zum Mikrofon. Jemand rennt noch zum Mikrofon? Du hättest auch mein Mikrofon bekommen können. So, wie viel dB Dämpfung dürfte denn so ein Chunk zum Beispiel haben? Wie viel würdet ihr denn schätzen? Das können wir mal ausprobieren. Schätz doch mal und ich messe das einfach gleich. Genau, ihr gebt jetzt Schätzungen ab. Wir nehmen jetzt Schätzungen entgegen. Der beste Guess bekommt einen Chunk von mir. Wer schätzt minus fünf? Na, nimm mal die. Nimm mal die hier. Die ist an der Flexbox. Wer bietet mehr? Ihr könnt auch reinrufen und wir wiederholen. 26 wird geboten. Wer bietet mehr? 23 höre ich hier. 55. 55. Wow, naja. Wir müssen auch mal Fotos machen mit Gesichtern, aber wer? Nö, mal so eine raus und... Du hättest auch echt das hier einfach mehr. Ihr werdet bestimmt um einen Chunk mit den netten Vortragen nehmen. Es ist noch Zeit, Wetten entgegenzunehmen. Wir erwarten zwei dB Genauigkeit. Okay, fünf, vier... 42 ist natürlich die Antwort. Das Ding misst ja nur bis minus 40 dBm. Ich muss weiter ins Glas. Der aufmerksame Zuhörer. Steck ihn weiter rein. Tiefer. Tiefer, Ties. Diese Faser würde ich unbedingt danach nochmal verwenden. Die kommt dann an der Uplink zurück. Ach. Leider nur... Das ist genug Alkohol, wenn du fast dann so. Deswegen heißt es ja auch reiner Alkohol. Mh, eine C-Lie, die schmeckt richtig gut, wenn sie da vorhin ein Teich-Switch steckte. Jetzt bin ich mal gespannt. Das wird immer besser. Das war ganz schön dreckig vorher. Sag mal, und das sind die Fasern, die das Nock benutzt? Ja, die besten. Wer hat das bei Minus zwei gesagt? Niemand, ne? Ja, der Laser ist wahrscheinlich einfach stark genug. Es zerkratzt einfach nur vorne drauf. Ja, dann halt, ne? Ich glaube, das Wok schneidet dann auch alles raus, was hier noch auf der Bühne passiert ist, ne? Das Wok veröffentlicht wahrscheinlich diesen Vortrag einfach nicht. Man kann die Faser anmalen und es passiert. Die sind extra robust fürs Camp gebaut. Vielleicht müssen wir sie einfach mal anschreien oder so. Vielleicht ist es jetzt nur noch im PDF-Viewer. Oh ja! Ein Applaus für den Barbarossa, dass er uns Whisky bringt. Möchtest du die Faser vor oder nachdem ich sie reingesteckt habe, ablecken für den Whisky-Geschmack? Oh, der ist gut. Ne, das war die Faser. Der hat zu viel Alkohol, Barbarossa. Haben wir noch irgendwas, in das wir es trinken können? Oh, wir können uns noch anzucken. Oh, das ist jetzt noch um. Oh, ist die schon um? Nein, wir haben noch eine Minute. So langsam. Genau, jetzt zeig doch mal, wie ein Stecker nach Whisky-Chunk und wie so aussieht. Genau, mal gucken, wie diese... Whisky-Chunk-Schmodder... Ich kenne Firmen, da wird das noch so benutzt. Hast du mal bei uns gearbeitet? Dazu darf ich mich nicht äußern. Ich möchte auch nicht mal... So, ich würde sagen, dann sind wir durch, oder? Ja. So. Woo! Oh!